Die ist leer. Hast du noch was? Sicher. Was ist das denn für eine Plörre? Habe ich ja noch nie getrunken. Was ist das? Abfüllst du das? Abfüllst du das? Mensch, du kannst doch bitte nichts richtig machen. Du bist der laufigste Jäger, den ich jemals gesehen habe. Ja, aber du hast doch... Nichts aber. Das Einzige, was an dir Jäger ist, ist dein Hut. Und den habe ich dir geschenkt. Oh, und die Jacke? Ja gut, die Jacke auch. Aber die ist auch von mir. Mann, du trägst eine Jogginghose. Ja, aber du hast... Und du hast ein richtiges Gewehr. Und du kannst doch nicht mal eine richtige Jägergeschichte erzählen. Moment. Covadis, Leologis... Ja! Wie oft habe ich dir gesagt, dass Latein nichts mit Jägerlatein zu tun hat, als ich dem Achtänder mit bloßen Händen das Gernick gebrochen habe. Das ist eine Geschichte. Und was ist mit der Geschichte, als ich in den Ameisenhaufen gefallen bin? Keine gute Geschichte. Und weißt du, was die Krönung ist? Was denn? Na, dieser Platz hier. Also, das ist doch gut. Gut? Zum Hirschschießen!